Werkzeugschleiferei Janssen. Wir lösen Ihre Werkzeugprobleme. Unser Schärfdienst arbeitet mit modernsten CNC-Maschinen. Sämtliche Werkzeuge der Metall-, Holz-, Kunststoff- und Papierverarbeitung werden präzise geschliffen und nach Kundenwunsch angefertigt. Unser Maschinenpack umfasst ca. 70 größtenteils CNC-gesteuerte Maschinen und deckt das gesamte Spektrum der Werkzeugbearbeitung ab. Wir stellen für Sie Malscheiben für alle Anwendungsbereiche mit einem Durchmesser von 80 bis 900 mm her bzw. sorgen für deren Instandsetzung. Die Anfertigung von Sonderwerkzeugen erledigen wir unter anderem mithilfe unserer Draht-Irodiermaschine schnell und zuverlässig. Als Generalimporteur für Politerie-Werkzeugsysteme bekommen Sie bei uns diese Spezialprodukte sofort ab Lager und profitieren von kurzen Lieferzeiten. Werkzeugschleiferei Janssen aus Jever. Ihr Partner für die Zukunft.